hallo liebe funk freunde auf der suche nach weiteren kandidaten für meine größer werdende sammlung an handfunk geräten bin ich wieder über ein zweier set gestolpert das ich euch heute vorstellen möchte es geht um das bauer fengen bf 88 st pro pmr 446 zweier set das zu einem günstigen preis von circa 32 euro angeboten wird es ist ein funk geräte set aus dem jedermann funk und arbeitet im 446 megahertz bereich sprich ohne anmeldung gebührenfrei und ohne den erwerb einer lizenz von jedem nutzbar auspacken akkus einlegen aufladen und loslegen also zwei geräte die simpel zu bedienen sind ohne dass man viel programmieren muss wenn ihr für die kommunikation in und um euer haus oder bei wanderungen mit mehreren gruppen wie aber auch für eure kinder und deren aktivitäten außerhalb des hauses funk geräte benötigt dann könnte dieses set für euch interessant sein aber auch für einsteiger in das hobby funk ist das set interessant weil die wichtigsten funktionen direkt an bord sind das angebot liest sich auf jeden fall vielversprechend und auch die bewertungen die man findet sind positiv grund genug für mich das set selbst auszuprobieren und mir meine eigene meinung zu bilden geliefert wurde mir das set mit folgendem inhalt einmal die beiden geräte zwei lithium-ion akkus mit 3,7 volt und 1200 milliampere zwei gürtel clips zwei handschlaufen zwei kopfhörer zwei ladeschalen mit usb stecker und eine anleitung in deutsch englisch französisch italienisch und spanisch ist auch mit am start als erstes lade ich jedoch die akkus auf zum aufladen benötigt ihr jedoch ein passendes ladeteil mit usb anschluss welches ihr mit den ladeschalen verbindet das geht natürlich auch mit einem pc oder einer powerbank die akkus waren bei mir bei lieferung schon recht voll und daher dauerte es circa 30 minuten bis das erledigt war laut hersteller liegt die ladezeit bei leeren akkus bei circa vier bis fünf stunden mit dieser ladung soll dann ein betrieb von acht bis zwölf stunden möglich sein kommen wir zu den technischen daten und der ausstattung der beiden geräte wie schon gesagt handelt es sich um pmr 446 geräte und bei diesen geräten habt ihr 16 kanäle frei zur auswahl senden und empfangen tun diese geräte im bereich der vorgegebenen frequenz von 446 megahertz wie in deutschland üblich und vorgegeben arbeiten die beiden geräte mit 0,5 watt und die antenne ist fest verbaut das sind einfach gesagt schon mal die grundvoraussetzungen damit die geräte überhaupt ohne lizenz benutzt werden dürfen ihr habt 50 ctcss und 105 dcs kurz zur auswahl womit ihr halbwegs ungestört euren funkverkehr abwickeln könnt da die geräte nur dann auf den anruf durchhalten wenn die gegenstation den gleichen code verwendet in einer notsituation sollten diese codes jedoch ausgeschaltet werden damit ihr eine fremde gegenstation überhaupt empfangen könnt die reichweite wird immer mit circa vier bis fünf kilometer angegeben wobei das meistens nur erreicht wird vom berg zu berg bei direkten sichtkontakt der beiden antennen und bei vollen akkus mit ein bis zwei kilometern sollte man bei diesen geräten jedoch zufrieden sein und nicht viel erwarten aber alles ja auch kein problem sucht euch einen händler aus wo ihr das gerät kostenlos zurückgeben könnt wenn es euren erwartungen nicht entspricht weitere features wären stromsparfunktion alarm bei niedrigen akkustand notruffunktion automatische raussperre monitor schalter um die raussperre zu deaktivieren somit könnt ihr prüfen ob sich schwächere stationen auf dem kanal befinden die nicht stark genug sind über die automatische raussperre zu kommen dann hat es die vox funktion womit sprachgesteuerter funkbetrieb möglich ist eine led taschenlampe ein zuschaltbaren roger beep zwei kanal überwachung abschaltbaren tastaturquittungston zehn ruftöne das kanal raster als 12,5 kilohertz schauen wir uns nun die bedienung der geräte an von oben betrachtet sehen wir rechts den ein und ausschalter bzw lautstärkeregler in der mitte sieht man schön die taschenlampen led der orange knopf dient zum auslösen des notrufes auf der linken seite sehen wir oben die ptt taste unter dieser befindet sich die taste für die led taschenlampe darunter dann die taste für die kanal scan funktion bei längeren drücken startet ihr den scan der ctcss und dcs codes auf der frontseite befindet sich dann das beleuchtete lcd display wo einmal der eingestellte kanal wie aber auch alle anderen aktivierten funktionen angezeigt werden dann befinden sich unter dem display drei weitere tasten die mehrfach belegt sind mit der plus und minus taste könnt ihr einmal die kanäle wechseln oder im gerätemenü navigieren mit der mittleren taste wechselt ihr ins gerätemenü wo ihr alle beschriebenen features nach euren wünschen einstellen könnt wenn ihr die menü taste länger drückt sperrt und entsperrt ihr das gerät dann gibt es noch neben dem firmen logo eine led diese leuchtet grün wenn ein signal empfangen wird und rot wenn das funkgerät auf sendung geht also die ptt taste bzw sende taste gedrückt wird wer sich über die weiteren einstellungen im menü schlau machen möchte für den verlinke ich die anleitung in der video beschreibung auf der rechten seite findet ihr dann den anschluss für ein externes lautsprecher mikrofon oder einer sprechgarnitur hier passt natürlich auch ein programmierkabel dran leider habe ich aktuell beim dreh dieses videos noch keine passende software gefunden mit der man das gerät programmieren könnte ich weiß auch nicht ob das überhaupt in planung ist wer von euch da andere informationen hat dem wäre ich dankbar wenn er einen kommentar hinterlässt auf der rückseite befinden sich dann am akku die nötigen kontakte damit das funkgerät in der ladeschale auch stehend aufgeladen werden kann der akku kann auch ohne gerät zum aufladen in die ladestation geschoben werden positiv ist mir aufgefallen dass das gerät schön fest in der ladestation steht da wackelt wirklich nichts auch der akku kann leicht gewechselt werden ohne sich die fingernägel abzubrechen mein erster eindruck vom gerät ist schon mal gut mit seinen abmaßen von circa 11 x 5,7 x 3,5 cm ohne antenne liegt es gut in der hand und man erreicht jeden schalter das gewicht liegt bei circa 151 gramm lediglich die ptt taste gefällt mir persönlich nicht diese muss relativ mittig gedrückt werden damit der schalter überhaupt auslöst bei nutzer mit dicken fingern ist das jedoch kein problem bei kindern weiß ich das jedoch nicht gut ich denke mal wenn man noch nie andere funkgeräte in der hand hatte dass einem dieses überhaupt nicht auffällt und man sich schnell daran gewöhnt hat das gehäuse macht für den preis einen guten und stabilen eindruck keine ecken keine kanten alles schön abgerundet es macht spaß mit dem gerät zu hantieren und es macht keinen minderwertigen eindruck alles ok in dieser hinsicht natürlich habe ich mir auch versucht die dämpfung der nebenwellen anzuschauen die nahfeldmessung mit meinem tiny sa ultra hat nichts negatives ergeben auch im direkten vergleich mit einem namhaften produkt konnten keine abweichung festgestellt werden bei dieser messung solltet ihr jedoch vorsichtig sein wenn ihr keinen dämpfungsglied benutzt also bitte nicht nachmachen ich übernehme keine haftung für den defekt eures messgerätes kommen wir nun zum test des eingebauten lautsprechers und der modulation des bau fangs dafür bespreche ich das gerät im abstand von drei bis vier zentimetern die beigelegten kopfhörer oder besser gesagt höher und sprech garnituren es sind nämlich auch mikrofone verbaut eignen sich nach meinem test lediglich bei geringer umgebungs lautstärke bei lauteren veranstaltungen oder im direkten straßenverkehr kann man die abhaken gut ab einem gewissen punkt muss man dann jedoch auch mal realisieren dass das set eines der günstigsten auf dem markt ist und nur bei wenigen herstellern direkt schon kopfhörer oder sprech garnituren dabei sind und schon sollte man dann wieder in der realität angekommen sein ich bin es ja selbst schuld wenn ich ein elender geizheits bin und nichts ausgeben will so jetzt habe ich mir aber gegeben weiter geht es mit einem reichweiten test und dafür fahre ich auf eine anhöhe circa vier kilometer von zu hause entfernt mit am start wieder meine liebe frau tanja so freunde der nacht ich bin angekommen da hinten irgendwo da ist mein zu hause und da steht jetzt meine frau am fennl fenster und jetzt wollen wir gucken ob das funktioniert so hier haben wir das schöne gerät ach du nie tanja für den sascha kommen ja erzähl mal wie komme ich rein klappt das ja hat doch super funktioniert gut ich kann bei einem reichweiten test wie diesen nicht alle szenarien ausprobieren hier empfehle ich euch meine zwei videos zum thema notfunk ich teste den notfall anzusehen die links zu den videos findet ihr in der infobox wie aber auch in der video beschreibung sicher helfen euch die dort durchgeführten tests von mir schon ein wenig weiter schaut euch die videos an sonst verpasst ihr was mein fazit zu diesen günstigen pmr 446 geräten vom bau feng für den preis von 32 bis 40 euro kann ich bei dem set wirklich nicht meckern die geräte tun was sie tun sollen liegen gut in der hand und die verständigung ist auch völlig ausreichend für den preis klanglich sind die kleinen eingebauten lautsprecher natürlich keine wohltat aber ich will auch keine musik hören mit den teilen für die einfache verständigung reicht das völlig aus die ausstattung ist gut mir fehlt jedoch eine einstellbare raussperre die ich manuell an die signale die ich empfangen möchte anpassen kann gut ich hatte mit der automatischen squelch der geräte auch keine probleme und die verständigung hat im nahbereich wie aber auch auf distanz fehlerfrei funktioniert und die squelch hat gut gearbeitet ich glaube dass gerade der einsteiger mit der einfachen bedienung perfekt zurechtkommen wird auch gut finde ich die ladestation mit denen die geräte via usb aufgeladen werden können ob nun mit dem handy netzteil dem pc oder via powerbank die möglichkeiten sind enorm laut angebot sollten die geräte durch ihre vox funktion auch als babyfone nutzbar sein alles in allem ein schönes set für einsteiger wie aber auch für freunde des funk hobbys die für unterwegs oder für die kommunikation rund um haus und hof ein günstiges und legales funk geräteset benötigen die einfache kommunikation ohne viel programmierei wird bei diesem set groß geschrieben einmal eingestellt und die geräte tun das was sie tun sollen gut freunde das war's gewesen zu meiner vorstellung der beiden bau fangs ich hoffe ihr habt einen guten überblick über dieses zweier set bekommen und die informationen waren ausreichend für euch wenn euch mein video gefallen hat und ihr an weiteren geräte vorstellungen interessiert seid dann würde ich mich über einen daumen nach oben sehr freuen ganz lieb wäre natürlich auch das video in euren lieblings facebook whatsapp und telegram gruppen zu teilen damit wir immer mehr funk freunde werden und die community immer größer wird in diesem sinne alles gute bleibt gesund euer hulti gut 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 Vielen Dank.